Moin Leute und Willkommen zu einer weiteren Folge Faktorio. Wir müssen uns ein wenig um Strom kümmern. Um Strom kümmern. Dafür brauche ich auch schon blaue Fläschchen. Stapelgreifarme hier machen wir mal. Was baue ich denn hier alles noch? Strommasten, Radare, Pumpen? Habe ich keine Pumpen gebaut? 64 blaue. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh Gott. Ja wir müssen aber eh erstmal ein bisschen Platz machen. Ich glaube die Arme brechen wir mal ab und setzen die hinten hinter. Nein! Moment mal. Der verbraucht ja dann die gelben. Nee, 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 nee. Hier das geht alles so nicht. So geht das nicht, bisschen Klatschen machen hier, was macht die Teiler fertig? Damit wir an die Pumpen rankommen. Wem geht es viel zu wenig? Aber ich brauche hier noch zwei Punkte, ne? So, Heizkessel. Rohr, Rohr, Rohr. Oh, oh, nein, nicht alle ersetzen. Unterirdisches Rohr haben wir auch. Wenn das so magie. Ja, ja, wir brauchen auf jeden Fall. Ups. Oder haben wir hier irgendwo gelbe Arme? Ne, haben wir nicht. Okay. Aber ich wollte jetzt irgendwo gelbe Arme herkennen. Bim, bim, bim. Ja, ja. Obwohl, um Roboter können wir uns erst kümmern, wenn wir Schmiermittel haben für die Elektromotoren. Brauchen wir schon irgendwo normale Motoren? Ne, ne? Das müssen wir auch mal im Angriff nehmen. Abend hier drauf. Gelbe Ärmchen. Und es ist schon wieder nicht genug Eisen vorhanden. Warum nicht? Man weiß es doch. Weil einfach nicht genug Eisenerz ankommt, oder was? Wieviel soll ich denn noch von den Dingern bauen? Können wir Dinger bauen? Wir können. Dampfmaschine. Wo soll ich denn jetzt da kommen? Hallo. Tja. Können wir überhaupt schon Elektromotoren bauen oder brauchen wir dafür erst? Ja, das geht schon. Das ist schon mal gut. Forschung. Komm. Stapelgreifarme hier. So, ich hoffe, dass wir jetzt so wirklich genug von allen haben. Äh, Rohr, Rohr. Und Rohr. Sind die Pumpen fertig? Die sind fertig. Äh, Pumpmaschine. Nein. 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 Äh, Äh. Äh. Ups. Oh, da habe ich zu viele Heizkessel. Äh, Äh, Äh. Gut. Rohr. Äh, Pumpen. Warum lässt du dich nicht da hinsetzen? Dämlich, Pumpen. Okay. Ich habe auch immer Glück mit den Dingen. Oh. Oh. Und. Und. Äh, das ist ja. Ich habe auch immer noches. Das ist ja, das ist ja. Ich habe ihn in den nächsten Jahren. Und. 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 das müsste auch erstmal so gut sein strommasten haben wir jetzt auch wieder jede menge das heißt wir könnten schon mal da oben ist strom ja warum hat der letzte kein strom ja immer diese forschung was braucht man nochmal für ein Stahlträger, Eisenzahnrad und Rohr hallo steht von strommasten oder was war das gut und Solar müssen wir auch mal automatisieren so langsam was brauchen wir dafür Schalträger, Grüne und Kupferplatten was ist denn nun schon wieder ich bin froh wenn die Forschung gleich erstmal rum ist hier liegt noch Müll rum das ist das ist nur Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. So, da kommen gleich die Kupferplatten. So. Kommt das so raus. Geht in eine Kiste, die nicht vorhanden ist. Wieso haben wir kein Eisen? Oh Gott. Oh Gott. Ach so, ja. In der Zeit, wo das alles noch frisch am Umbauen ist, können wir uns um mehr Eisenherz kümmern. So. So. Oh. Fail. Hier. Haben wir noch hoches Fließband? Ah, nicht wirklich. Das kann doch nicht angehen. Das ist immer noch zu wenig Eisen. Das ist immer noch zu wenig Eisen. Ups. Hier staut sich das. Wieso wird das auf ein Ding aufgeteilt, Leute? Können wir das erklären? So, wir lassen das erstmal so laufen und gucken, wie das dann geht. Aber hier brennen alle Öfen. Hier brennen alle Öfen. Hier brennen auch. Das kann doch nicht zu wenig sein. Da brauchen wir noch mehr Öfen. Hallo? Okay. Na voller kriege ich die Fließbänder, ne? Meinen besten Willen, ne? Soll ich noch machen? Wie weit läuft das jetzt hier unten? Mann, Forschung, ey. Haben wir es bald. Viel kann doch nicht mehr sein mit Broten und Flaschen. Jetzt noch viele laufen noch nicht. Die ganze Militärkacke, ne? Das Eisensatz, die auf der Seite ist komplett voll. Ich, ich, ich. Ich kann mal am Parallelangaben sitzen. Aber sonst? Oh, hier oben haben wir sogar dann mit Kupfer. Auch die alten Öfen und das läuft und läuft und läuft. Ist quasi voll. Bistviel. Emm… Eisenerz. Das geht mir echt nicht auf den Sack, ne? Ja, das heißt, wir machen... Ah, hier oben war das. Was braucht man für die Öfen? Siegelsteine und Stahlträger. Siegelsteine, Stahlträger. Ja, wir machen ja mal die Puff zu unten. Wo ist der filternde... Da. Kopfabladen, bitte. Kopfabladen, hab ich gesagt. Danke. Ähm, Kiste. Solarzellen. Ja, wir müssen uns jetzt erstmal um mehr Eisen kommen, das geht mir so gar nicht. Wie viel Dinger hab ich noch? 14, das ist viel zu wenig. Dann machen wir mit 22 Almer. Ja, das geht mir so. Beholden. Eisen. Okay, das war. Die Arme bauen, okay. Drei blaue Arme, die reichen wir auf. Am besten Willen nicht. Und dann werden wir hier, in diesem Bereich hier irgendwo nochmal eine Eisenproduktion aufbauen. Wir brauchen mehr Fließbänder. Und diese Eisenproduktion schicken wir dann direkt hier mit rein. Auf das Fließband. Und wenn das dann immer noch nicht genug Eisen ist, dann weiß ich auch nicht. Oh, Fließbänder würde ich wohl nehmen. Was schicken wir hier unten mit rein? Dann haben wir die Gripz. Module. Oh, da schicken wir die tatsächliche unten mit rein. Dann haben wir für Stahl und Fließbänder. Ja, aber für Stahl und Fließbänder reicht das ja. Da kommt ja was durch. Wir schicken das hier oben mit rein. So. Wie lange ist die Folge? Die Folge ist vorbei, Leute. Die Folge ist vorbei. Hey. Nicht da. Da bitte. Cool. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich werde mich jetzt hier noch um Kohle kümmern. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst mir einen Daumen da. Wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat. Vorschläge gerne in die Kommentare schreiben. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Reingehauen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.